Ihr, der auf dem Tor unseres sprach, seht, ich mache alles neu. Von Raum und Zeit und von einem neuen Dasein dieser Welt, mitten unter den Menschen, wird uns geschäfigt durch die Menschen der Gottesdienst. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Musik Applaus Mächtig kommt er zu der Luftwasserschnitte, still und leise unter schwierigen Umständen wird er geboren. Die Wiederkunft wird gezeichnet, im Großen, Getöse und der Erwartung jederzeit da zu sein. Wenn wir jetzt auf Weihnachten zugreifen, dann heißt das, dass wir auf ein Licht zugehen, auf Geburt, und Geburt ist in das Licht kommen. Es ist Neues möglich, es wird Neues passieren. Die Erwartung des Wetters zeichnet ein Wind des Miteinanders und des Friedens. Wir spüren die Sehzucht der Menschen heraus damals, wie auch heute, dass es gelingt. In dieser Welt Zeichen zu setzen, die ein Miteinander ausdrücken, wie es schon der Prophet Jesaja versucht zu beschreiben. An jenem Tag wächst also ein Baumsturm, dieser ist ein Reißer froh, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Er richtet nicht nach dem Augenschein und nicht nur nach dem Röhrensagen entscheidend, sondern er richtet das Gehilflos im Gerecht, der entscheidende Arme des Landes, wie es recht ist. Er schlägt den Gewalttäten mit dem Schock seines Wortes und tölt den Schuldigen mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit der Wirkung seiner Hüfte, Treue der Wirkung seiner Wurzeln. Und dann wohnt der Wolf beim Laden und der Panther liegt beim Böcklein. Gerechtigkeit der Wirkung seiner Wurzeln. Gerechtigkeit der Wirkung seiner Wurzeln. Wir damen Gerechtigkeit der Wirkung genannten Gerechtigkeit der Wirkung seiner Wurzeln. Fluch der Karibik ist das kommende Stück überschrieben. Die Jagd nach dem Ewigen, nennen wir es die Jagd nach dem, was den Menschen erfüllt mit einem guten Dasein in dieser Welt. Möge es uns bewusst sein, dass die Zutaten auch bei uns persönlich liegen, damit wir das spüren können, was uns schon der Weg Jesaja angesagt hat. Amen. 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 Er hat geöffnet und bespürt die Nöte der Menschen, auch das, was dieser Mann aus Nazareth geborene Bethlehem, aus Maria und Joseph, erkannt und er hat danach geantwortet. So hat er in Anspruch genommen, dass jedes, was die Propheten angekündigt haben, bei ihm in Erfüllung geht, denn als er einmal versammelt wird der Menschen. Zusammen war er mit Scheirats am Feiertag der Jugend, er brachte man ihm das Kuh. Er schlug es auf, er fand es die Stelle, wo es reißen. Der Geist ist ein Grund auf mir, denn da hat er mich gesandt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen gegen ihn das zu verkünde und den Blinden das auch nicht, damit ich Zerschlagene in Freiheit setze, um ein Gnadenjahr zu rufe. Er schlug es auf, er kam es zurück, setzte sich, meine Augen war auf ihn gerichtet, und er begann in den Tat zu leben. Heute hat sich das Schriftwort, das er in der Tat, erfüllt. Und alle schlitten zu. Er fängt mit uns ein, eben gerade darauf zu schauen, wie in die Güte gekommen sind. Verschiedenste Aktionen werden uns angeboten. Verschiedene Anscheine flattern uns ins Haus. Verschiedenste Aktionen werden gesetzt. Wir sind eingeladen, dort ihm helfen zu geben, wo wir es auch erkennen können. Menschen stehen mit frohen und erwarteten Gesichtern von uns. Wir dürfen ihnen ein Geschenk machen, wenn wir ihnen das geben, das wir üblich verübigen können. Havio Bauter, so die Überschrift für das neunte Stück, mit seinen Freunden, eben den bösen Magier, ist da unterwegs. Viele Bände gibt es darüber und viele Filme sind da gemacht worden. Wir wollen eben auch das Gute in den Vordergrund drücken. Wir wollen die Zerschlagung frei ersetzen. Wir wollen Blinden das Auge nicht geben und aber eine gute Nachricht bekommen. Wir wollen die Zerschlagung frei. 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 Amen. 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 Der Abbild dieses heutigen Abends ist ein großes, die Mächtigkeit ist immer wieder deutlich geworden und wir können vieles hineininterpretieren, indem wir die, die hier geschrieben worden sind. Wir wollen es nur für uns, dass wir ein Abbild haben, 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 dass wir ein Abbild haben.